Wir verwenden die Schlachter 2000 als derzeit beste deutsche Bibelübersetzung. Und wir glauben an die vollkommene Inspiration und ewige Bewahrung der Schrift in Form des masoretischen Textes, der hebräische Urtext des Alten Testaments und in Form des griechischen Textus Rezeptus, der Urtext des Neuen Testaments. Hier wird der ganze Ratschluss Gottes verkündigt in der Baptistenkirche ein zuverlässiges Wort, weil wir den ganzen Ratschluss Gottes haben. Wir müssen nicht danach suchen. Wir haben den ganzen Ratschluss Gottes. Wir haben Gottes Wort. Es ist nicht verschollen gegangen. Und deswegen können wir und deswegen werden wir hier den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen und nichts zurückhalten. Ja, aber sowas kann man heutzutage nicht sagen, diesen unter jenen Vers. Das ist uns völlig egal. Hier wird der ganze Ratschluss Gottes verkündigt. Warum? Weil wir das ganze Wort Gottes haben. Und es wird hier kein Rätselraten gespielt, ihr schlagt auf, 2. Petrus Kapitel 1 übrigens, 2. Petrus Kapitel 1. Es wird hier kein Rätselraten gespielt, ob es heute die Hoffnung für alle ist, morgen die NGU, übermorgen vielleicht die Elberfelder, uh, die Elberfelder, die genaueste, dem Urtext am nächsten, getreueste Übersetzung. Es wird hier kein Rätselraten gespielt, ob dieser Vers richtig ist, in deiner Pseudobibel, in deiner bescheuerten guten Nachricht, oder dieser Vers richtig ist. Denn, weißt du, was auffällt? All diese modernen Bibelübersetzungen, ob das Hoffnung für alle ist, NGU, NEÜ, gute Nachricht, sie unterscheiden sich alle. Und mir geht es dabei nicht irgendwie um eine leicht andere Wortwahl, irgendwie um Synonyme oder so. Sondern mir geht es um den Inhalt, sie unterscheiden sich gewaltig. Das heißt, die Leute in den Reihen, in einer durchschnittlichen, sogenannten Freikirchen Deutschland, die lesen alle was anderes. Sie haben nicht wirklich Gottes Wort. Die Bibel ist eindeutig, dass Gott sein Wort inspiriert hat, dass Gott sein Wort mit anderen Worten eingehaucht hat. Das heißt, gesprochen hat. Denn die Bibel sagt in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich, also eingegeben, inspiriert, eingehaucht und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und raten wir mal was, Gott hat nicht verschiedene Worte Gottes inspiriert. Es gibt nicht verschiedene Versionen. Es gibt nur ein Wort Gottes, das wir bewahrt finden im masoretischen Text, dem hebräischen Urtext und im Textus Rezeptus, dem griechischen Urtext. Ihr seid in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 21. Da heißt es in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 21, Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Das heißt, Gott hat durch seinen Heiligen Geist gesprochen zu Propheten und sein Wort wurde niedergeschrieben. Vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Wir glauben, also laut dem, was die Bibel uns schwarz auf weiß sagt, an die Inspiration von Gottes Wort. Das betrifft nicht nur irgendwie manche Teile der Bibel. Und die Bibel ist auch nicht irgendwie eine Idee von Menschen oder irgendwie Erfahrungen von Menschen. Spirituelle Erfahrungen oder so. Sondern die Bibel ist zu 100% Gottes Wort. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und natürlich sagen auch viele sogenannte Christen heutzutage, ja natürlich, wir glauben an die Inspiration von Gottes Wort in den Originalen. Also sie sagen damit, ja in den Originalen, also in den Handschriften, die tatsächlich beispielsweise Paulus usw. geschrieben haben. Ja natürlich, das war Gottes Wort, Gottes inspiriertes Wort. Aber wir haben diese Originale natürlich nicht mehr. Logischerweise. Aber weißt du was? Andererseits können wir sagen, wir haben die Originale. Denn hier ist das Ding. Was für einen Sinn würde das machen, wenn Gott sich die Mühe macht, sein Wort zu inspirieren, sein Wort zu reden, einzuhauchen, sein Wort zu reden, zu Propheten und zu Schriftgelehrten, die sein Wort niederschreiben. Was für einen Sinn würde das machen, dass Gott sich diese Mühe gemacht hat, wenn dann einfach sein Wort verschollen geht, wenn er es nicht auch bewahrt. Natürlich hat Gott sein Wort bewahrt bis in alle Ewigkeit, sodass wir heutzutage Gottes originales Wort haben. Gottes originales Wort. Wir glauben nicht nur an die Inspiration von Gottes Wort in den buchstäblichen Originalen, sondern wir glauben, dass Gottes Wort bis heute da ist. Gottes perfektes, inspiriertes Wort bis auf den letzten Buchstaben haben wir es. Gott hat sein Wort bewahrt und deswegen können wir und werden wir hier den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ihr schlagt Matthäus Kapitel 5, Vers 18 auf. Matthäus Kapitel 5, Vers 18. Ich lese vor aus Psalm 119, Vers 89. Auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Auf wie lange? Die Bibel sagt, auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Gott hat sein Wort bewahrt, es steht ewig fest, es wird nicht verschollen gehen, sodass wir noch irgendwelchen fiktiven Originalen suchen müssen und irgendwie Gottes Wort rekonstruieren müssen, sondern die Bibel ist bewahrt bis heute. Was für einen Sinn würde das machen, zu sagen, oh ja, die Bibel ist Gottes inspiriertes Wort, aber dann sich umzudrehen und zu sagen, im Grunde genommen, wir haben ja gar nicht die Bibel. Das ist ja nur inspiriert in den Originalen. Dann hast du die Bibel gar nicht. Und das, was heutzutage der Fall ist, in all diesen Kirchen, wo Hoffnung für alle gelesen wird, NGU, NEÜ, Gute Nachricht, Elberfelder, Luther 2017, ja, in meiner Bibel steht das und das. Ja, hier steht das ein bisschen anders. Dann hast du nicht Gottes vollkommenes Wort. Dann hast du nur etwas, was Gottes Wort in Teilen darstellt. In Teilen. Aber du hast nicht Gottes vollkommenes Wort. Du hast nicht die ganze Bibel. Hey, wir haben die ganze Bibel. Matthäus 5, Vers 18. Matthäus 5, Vers 18. Hier haben wir eine klare Zusage von Jesus Christus selbst. Bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Noch nicht mal ein einziges Strichlein wird vergehen. Aber was sagen heutige angebliche Christen? Naja, diese Bibelübersetzung, die basiert ja auf besseren, älteren Urtexten. Und sie wollen irgendwie ältere und bessere Manuskripte ausgraben. Was ist das für ein Schwachsinn? Ich meine, müssen wir Jesus Christus ausgraben? Müssen wir einen besseren Christus finden? Denn das, was diese Leute sagen, Das ist, was diese Leute sagen. Ich meine, im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Die Bibel ist eindeutig, dass Jesus Christus das Wort ist. Das Wort ist Jesus Christus. Das ist nicht nur ein Titel, sondern Jesus ist das Wort Gottes. Müssen wir wirklich irgendwelche Manuskripte ausgraben? Irgendwie die Bibel rekonstruieren? Weißt du was? Ich habe immer noch Jesus Christus. Ich habe immer noch den Sohn Gottes. Ich habe immer noch Gottes Wort. Gott hat sein Wort bewahrt. Und er wird es auch in Ewigkeit bewahren. Wir müssen nicht die Bibel ausgraben. Wir müssen nicht Jesus Christus ausgraben. Es ist Quatsch, so etwas zu behaupten. Wir müssen irgendwie die Bibel rekonstruieren. Wir haben hier ein älteres und besseres Manuskript gefunden. Ja, ihr habt es gerade gefunden. Genau, deswegen ist es nicht Gottes Wort. Denn was hat Jesus uns zugesagt? Bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strich dann vom Gesetz vergeben, bis alles geschehen ist. Aber diese Pseudowissenschaftler heutzutage, die sagen, ja, es ist natürlich etwas verloren gegangen, wir müssen es jetzt ausgraben. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Wir glauben an die Bewahrung von Gottes Wort. Gott hat sein Wort perfekt bewahrt. Und eine Übersetzung, wie beispielsweise die Schlachter 2000, die auf dem masoretischen Urtext, auf dem masoretischen Text und auf dem Textus Rezeptus basiert, auf den Texten, die tatsächlich genutzt wurden, die angenommen waren, bis dann irgendwelche Pseudowissenschaftler daherkamen, buchstäbliche Pseudowissenschaftler. Eine Bibelübersetzung, die auf dem bewahrten Urtext, auf dem bewahrten Wort Gottes basiert, in den Originalsprachen, Entschuldigung. Und das korrekt übersetzt ist natürlich Gottes Wort, Gottes inspiriertes Wort. Aber lass mich dir ein paar Beispiele geben, wie moderne Bibelübersetzungen Gottes Wort verdrehen. Und ihr müsst es nicht aufschlagen, ich gebe einfach nur schnell ein paar Beispiele, wie moderne Bibelübersetzungen, sogenannte Bibelübersetzungen, es sind keine Bibeln. Es ist Müll, es ist Dreck. Wie sie Gottes Wort verdrehen. Markus 10, Vers 24, da sagt die Bibel, die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Macht Sinn, nicht wahr? Wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Wenn du auf deinen Reichtum vertraust, dann wirst du es verdammt schwer haben, in den Himmel zu kommen. Du wirst gar nicht in den Himmel kommen. Und wir sehen das, wenn wir Seelengewinn gehen, dass reiche Menschen oftmals stolz sind und sich nicht retten lassen. Denn sie denken, sie haben alles, sie sind in Sicherheit und sind ganz einfach stolz und nicht offen für das Evangelium. Und für solche Leute, ja, das ist schwer, weil sie eben ihr Vertrauen auf Reichtum setzen und nicht davon ablassen wollen. Sie wollen ihr Vertrauen nicht auf Jesus Christus setzen, um gerettet zu werden. Was sagt die Elberfelder, auch die tolle Elberfelder? Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Ich meine, was für ein Müll ist das? Die Elberfelder ist Müll, sage ich dir heute. Wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Hey, das letzte Mal, als ich die Bibel gelesen habe, habe ich von der Einfachheit in Christus gelesen, von der wir uns nicht abwenden lassen sollen. Das Evangelium ist einfach, es ist einfach, gerettet zu werden. Aber diese Pseudobibeln, diese korrupten Bibeln, sie stammen offensichtlich von reichen Leuten, die Geld machen wollen und sie lassen diese Teile dann natürlich weg. Wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen? Diesen Teil lassen sie weg. Machen einfach, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Hey, es ist einfach, gerettet zu werden. Jesus hat den schwierigen Teil für uns getan, er ist am Kreuz für uns gestorben, wir müssen nur glauben. Aber diese Leute glauben natürlich nicht an Jesus Christus. Sie glauben nicht an Gottes Wort. Aber das weißt du doch gar nicht, Anselm. Doch, ich weiß das. Wenn sie an Jesus Christus glauben würden, würden sie auch an die Bewahrung der Bibel glauben. Denn das ist, was Jesus versprochen hat. Und rate mal was, wenn du einem Versprechen von Jesus nicht glaubst. Und ganz einfach sagst, nee, das stimmt nicht, Gottes Wort ist verschollen gegangen, wir müssen es wieder ausgraben, dann glaubst du nicht an Jesus. Ich meine, wer aus Gottes, der hört die Worte Gottes, darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. So einfach ist das. Lukas 2, Vers 33, und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Macht Sinn, Josef und seine Mutter, denn Josef war nicht Jesus' Vater. Man könnte höchstens sagen, dass Josef Jesus' Stiefvater war. Aber er war nicht sein Vater, denn Jesus, raten wir mal was, ist Gottes Sohn. Was sagt die Lutherbibel? Ach, Luther, muss doch in Ordnung sein. Luther 2017, die 2017 ist überhaupt nicht in Ordnung. Da heißt es nämlich, und sein Vater und seine Mutter verwunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Sein Vater und seine Mutter? Was für ein Dreck. Lukas 4, Vers 4, und Jesus antwortet sie ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Die Hoffnung für alle sagt, aber Jesus werte ab, es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein von Brot. Punkt, fertig, aus. Aber was lassen sie weg, sondern von einem jeglichen, also von einem jeden Wort Gottes. Siehst du, wenn der Mensch von einem jeden Wort Gottes lebt, dann brauchen wir auch eine tatsächliche Bibel, die jedes Wort Gottes enthält. Aber sie lassen Teile der Bibel weg. Dann könntest du sagen, ja, aber woher willst du wissen, dass sie das wirklich weglassen? Vielleicht haben sie ja ältere und bessere Manuskripte gefunden. Aber hier ist das Ding, wann wurden diese angeblich besseren Manuskripte entdeckt? Nun, sie wurden vielleicht im 19. Jahrhundert entdeckt, als es losging mit dieser Textkritik. Sie wurden vielleicht im 20. Jahrhundert entdeckt. Willst du mir sagen, dass davor die Menschen nicht wirklich die Bibel hatten und wir jetzt etwas ausgraben müssen, dass Gottes Wort verschollen gegangen ist? Ich weiß, dass sie diese Verse oder Teile weglassen, Teile verdrehen. Woher weiß ich das? Weil Gott sein Wort bewahrt hat. Und wenn dann kürzlich erst etwas entdeckt wurde, wo was anderes steht, dann kann es nicht Gottes Wort sein, weil es vorher nicht, ja, es wurde vorher nicht genutzt. Es wurde erst kürzlich entdeckt. Es ist nichts, was bewahrt wurde. Es war verschollen. Aber Gottes Wort ist nicht verschollen. Ich meine, das ist einfache Logik. Ich hoffe, du verstehst das. Das ist einfache Logik. Aufgrund dessen, was die Bibel uns verspricht, dass Gott sein Wort bewahrt hat. Und weil Gott sein Wort bewahrt hat, können wir Gottes Wort predigen, so wie es dasteht, den ganzen Ratschluss Gottes. Wir werden es auch tun. Wir haben die ganze Bibel. Und es spielt keine Rolle, in welcher Sprache natürlich. Ich meine, für eine Übersetzung wäre natürlich die Grundlage optimalerweise der hebräische und der griechische Urtext, den Gott bewahrt hat. Aber hier ist das Ding. Wenn das korrekt übersetzt wird in eine andere Sprache, ist völlig egal, welche Sprache, dann ist es genauso. Gott ist perfektes, inspiriertes, bewahrtes Wort. Die Sprache spielt natürlich keine Rolle. Johannes 3, Vers 36. Oh, Johannes. Ich meine, niemand würde das verdrehen. Nicht wahr? Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ganz einfache Vers. Entweder du glaubst an Jesus oder du glaubst nicht an Jesus, dann hast du deinen Gottes Zorn, der auf dir bleiben wird. Elberfelder sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, so weit, so gut. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, siehst du, du kannst ja einfach nur glauben. Du musst Jesus auch gehorchen. Ich meine, du musst auch Jesus nachfolgen. Du musst Jesus zu deinem Herrn machen. Das ist, worauf sich Irrlehrer dann natürlich stürzen. auf verdrehte Verse in korrupten Bibelübersetzungen. Und das ist ein Vers, wo es nicht um einen Unterschied in irgendwelchen korrupten Manuskripten geht, sondern dieser Vers wird falsch übersetzt, weil die Leute, die Übersetzer hinter diesen Übersetzungen gar nicht wirklich Griechisch sprechen können. Wusstest du das? All diese griechische Experten, die hinter diesen modernen Bibelsetzungen stehen, die können nicht wirklich Griechisch. Du könntest sie nicht fragen, Katala, Veneza, Elinica. Sie hätten keine Antwort darauf. Sie können kein Griechisch. Und dann kommt so ein Müll dabei raus. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern zu einem Gottesblatt zu kriegen. Aber Anselm, das ist nur ein Vers von vielen. Ja, aber was macht ein Irrlehrer? Was macht ein Irrlehrer? Sie nehmen diesen Vers in dieser korrupten Bibelübersetzung und lehren ein falsches Evangelium. Verdrehen Gottes Wort. Apostelgeschichte 8, Vers 36-37, da sagt die Bibel, als sie aber auf den Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach sie, hier ist Wasser, was hindert mich getauft zu werden. Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete so in Sprache, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Also ganz einfache, wichtige Frage. Siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich getauft zu werden? Was ist die Antwort? Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Was sagt die NGU, die neue Genfer Übersetzung? Als sie nun ins Gespräch vertieft, keine Ahnung, woher sie das nehmen, das steht da eigentlich gar nicht, als sie nun ins Gespräch vertieft, die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Wieder, gute Frage. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Was ist die Antwort in Vers 37? Zitat Ende. Das ist die Antwort. Dann geht es einfach weiter in Vers 38 und er befallt, den Wagen anzuhalten. Beide Philippus und der Äthiopier stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Das heißt, du bekommst in einer modernen Bibelübersetzung gar nicht die Antwort auf die Frage. Was hindert mich getauft zu werden? Vers 37 fehlt. Sie lassen das weg. Und es macht für für einen logisch denkenden Menschen macht es natürlich null Sinn. Da steht diese Frage, diese offensichtlich wichtige Frage. Dann erwartet man die Antwort und es kommt keine Antwort. Aber ältere und bessere Manuskripte. Was für ein Schwachsinn. Matthäus 18, Vers 11 Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Was sagt die Hoffnung für alle? Ja, die Bibel, die dir Hoffnung gibt. Was sagen die? Zitat Ende. Das war's. Den Vers gibt's nicht. Matthäus 18, Vers 11 In deiner bescheuerten Hoffnung für alle. Keine Hoffnung für alle. Aber Anselm, du verstehst es einfach nicht. Es werden ältere und bessere Manuskripte gefunden. Also mit anderen Worten, es werden ältere und bessere Christusse gefunden. Ich meine, ich dachte, dass das Wort Jesus Christus selbst ist. Mir geht es dabei natürlich nicht um das Papier, um das buchstäbliche Buch, sondern um den Inhalt. All diese angeblich älteren und besseren Manuskripte sind wie falsche Propheten. Sind wie falsche Christusse. Sie sind vom Teufel. Warum ist das alles so wichtig? Nun, ich habe euch schon einige Beispiele gezeigt. Du solltest das verstehen, warum das so wichtig ist. Aber schlagt 1. Petrus 1 auf. 1. Petrus 1, Vers 23 1. Petrus 1, Vers 23 Am wichtigsten ist natürlich, dass wir in den Himmel kommen, dass wir gerettet werden. Und siehst du, du kannst nicht gerettet werden durch ein korruptes sogenanntes Wort Gottes, durch eine sogenannte Bibel. Sondern es heißt in 1. Petrus 1, Vers 23 Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Wie werden wir wiedergeboren? Durch das Wort Gottes. Nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Das heißt, wenn wir Gottes Wort nicht haben, dann gibt es keine Errettung. Du kannst nicht jemanden retten durch eine korrupte sogenannte Bibel. Niemand kann gerettet werden durch korrupte, falsch übersetzte, absichtlich veränderte sogenannte Bibeln. Es wird nicht funktionieren, denn es geht nicht einfach nur um den groben Inhalt, sondern der Mensch liebt von einem jeden Wort Gottes. Erstens, wir verwenden die Schlachter 2000 als die derzeit beste deutsche Bibelübersetzung. Wir glauben an die vollkommene Inspiration und ewige Bewahrung von Gottes Wort. Besonders natürlich in Form des masoretischen Textes, des hebräischen Urtextes und des Textus Rezeptus, des griechischen Urtextes. Und das ist ein ganzes Wort.